Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kirche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, meine Lieben, wie schaut's aus bei euch? Nicht wundern, ich hab euch heute mal schwarz-weiß eingestellt. Ja, einfach weil mir so danach war, ich dachte mir, mein Gott, man kann ja auch mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Ja, also früher gab's ja keinen Farbfernseher und heute bekommt ihr dasselbe von mir. Es geht jetzt einfach um die Legung erstmal an sich. Schreibt mir einfach auf Instagram, wie euch das gefällt. So, meine Lieben, wir legen Losi. Wir wollen jetzt wirklich mal speziell auf deinen Wunschpartner schauen, auf deine Wunschpartnerin. Was ist da so Losi? Was darf ich heute rausgeben? Wie sind die Gedanken und die Gefühle? Wie geht das Ganze weiter? Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was hat er hier auf der Gedankenebene über dich? Ich möchte, ich sag mal, eine Neunerlegung machen. Belehre mich eines Besseren, wenn ich etwas anderes erzählen darf. Bitte gib mir hier mal Botschaften. Mein Akku hält jetzt nicht mehr so lange durch. Also es muss heute schnell gehen. So, dankeschön. Schaut ihr, ich habe es auch echt geschafft, mal die Kamera ein bisschen anders einzustellen, dass man das alles noch ein bisschen besser sieht. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch allen gut geht da draußen. Das letzte Mal, das war ja eine Bombenlegung gewesen. Und ja, deswegen habe ich so das Gefühl, lasst uns jetzt wirklich mal direkt auf diese Person schauen. Ich halte es ja schon allgemein, aber heute möchte ich wirklich einfach mal direkt auf die Person schauen. So, zeig mir mal bitte, was ist denn hier auf der emotionalen Ebene los? Gut, was darf ich erzählen? Bitte gib mich mal Botschaften. Oh, dankeschön. Also sie fallen mir förmlich in die Hand. Wie geht es weiter? Was darf ich dann erzählen? Dankeschön. Ja, und ihr seht das an sich schon ganz gut. Okay, also wie gesagt, nicht wundern, warum heute schwarz-weiß. Es war einfach mal danach, ne? Kennt ja das Lied von Lea. Ich trage schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Oh, vielleicht passt das ja auch, ne? Habt ihr zu spät gesagt, was du für mich bist? Oh, hört mir bloß nicht zu. Ich gebe mir auch gerade echt keine Mühe, das jetzt so richtig schön zu singen, okay? Nicht, dass ihr jetzt denkt, boah, Alter, wie singt die denn? Nein, nein, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist wie unter der Dusche. Man hat das Gefühl, niemand hört einem zu. Okay, hat man hier auch das Gefühl, dass niemand einem zuhört. Was haben wir denn unterm Kartendeck? Wow, wir haben als erstes, das sieht voll krass aus, ne? Wenn man das hier schwarz-weiß einstellt, why not? Das ist ja krass. Wir haben als erstes den Wagen. Also hier ist eine Person, die möchte gern auf deine Richtung zustoßen. Also auch hier wieder, ne? Hier ist auch eine Situation, wo man sagt, Theo, spann den Wagen an, ne? Ich mache mich jetzt los. Ich möchte die Dinge jetzt angehen. Ich muss jetzt hier unbedingt irgendwie was in Klärung bringen. Ich will frischen Wind in meinem Leben haben. Es kann sein, dass hier jemand viel über dich nachgedacht hat, falls du eben immer noch in so einer Geduld warst, ne? In so einer, wo du eben dachtest, boah, ich muss hier immer wieder geduldig sein. Das hatten wir ja in den letzten Legungen irgendwie auch. Hier ist es so, dass sich jemand auf den Weg machen möchte zu dir. Jetzt schauen wir mal, was geht denn hier in seinen oder in ihren Gedanken ab, meine lieben Männern da draußen. Das kann auch für deine Frau stehen, ja? Ich spreche halt meistens aus der Sicht einer Frau, weil hier eben mehrere Frauen zuschauen. So, was geht denn hier ab auf der Kopfebene? Da haben wir einmal die sieben der Münzen. Also hier ist es definitiv wirklich so, dass jemand, ich weiß nicht, irgendeinen Gedanken hat man hier an dich. Aber das ist wirklich ein guter Gedanke, mein Engel. Das ist wirklich ein guter Gedanke, weil wenn hier jemand weiterschaut, weiß man, dass hier etwas wirklich erfolgreich zwischen euch werden könnte. Also hier, lass uns mal weiterschauen. Guck mal, die zwei der Kelche. Hier möchte jemand auf dich zukommen. Und auch hier ist es so, in dieser Legung, dass man hier wirklich überlegt, ja, wie kann ich das machen? Wenn du jetzt das Gefühl hattest, ja, wie gesagt, ich hatte es ja zu Anfang schon erwähnt, wo ich so meinte, boah, du hast bestimmt wieder warten müssen, ne? Wo du dir denkst, ey, hier passiert nichts mehr, aber hier wird was passieren. Hier macht sich jemand wirklich Gedanken, wie man hier auf lange Sicht zwischen euch etwas Positives entwickeln könnte. Und hier spannt ja der Theo schon den Wagen an. Und zusammen mit den zwei der Kelchen, das ist eine wunderschöne Karte, will man hier in Gedanken wirklich auf dich zukommen. Und man hofft, dass du hier ihm oder ihr auch eine Chance gibst. Weil die zwei der Kelche, das ist ein Aufeinander-Zugehen. Also hier geht es nicht nur darum, dass er oder sie auf dich zukommt, sondern hier geht es auch darum, ob du das hier halt auch gerne noch möchtest, ja? Und da denkt man halt so drüber nach. Man denkt auch so drüber nach, hey, wie lange kennen wir uns hier eigentlich schon? Oder wie lange geht denn die Geschichte hier mit dir schon? Weil das ist wirklich hier so ein Gedanke, boah, wenn man mal überlegt, wie viele Jahre wir uns hier schon kennen und wie viele Jahre wir hier an sich immer noch miteinander zu tun haben. Da denkt er oder sie hier definitiv gerade drüber nach. Lasst uns mal weiterschauen. Wow, wir haben den Puh, den Puh, den Bube der Münzen. Ja, und hier geht es auch immer wieder darum. Ich weiß auch nicht, es kann wirklich sein, ihr habt dieses typische On-Off, das spürt er hier, das spürt sie hier. Ja, aber schon jahrelang, schon eine ganz lange Zeit kommt man hier trotzdem nicht voneinander los. Ja, so nehme ich das auch wahr. Hier ist auch eine Geschichte zusammen mit dem Bube der Münzen, mein Engel. Weil wir wollen ja wissen, was denkt denn er oder sie über dich. Ja, dann ist hier definitiv, naja, man wartet eigentlich nur noch auf eine bestimmte Gelegenheit, um hier etwas in deine Richtung in die Tat umsetzen zu können. Das heißt nämlich, dass hier jemand gar nicht weiß, wie man hier auf dich zukommen soll oder ob man das überhaupt noch darf. Das Schöne daran ist, er denkt oder sie denkt wirklich vermehrt sich, also wirklich vermehrt daran, sich wieder mit dir zu treffen. Und hier geht es wirklich um Ehrlichkeit. Und hier geht es auch um eine wunderschöne Geste, die man dir hier geben möchte. Ja, es ist so, als möchte man dir etwas geben oder jetzt bieten, was du dir einfach verdient hast. Ne? Ja, und das Schöne ist aber auch hier, hier kommt man, hier kommt er, hier kommt sie auch wirklich auf Ergebnisse, wo man merkt, hey, ja, ab und zu haben wir dieses On-Off, aber irgendwie kommen wir immer wieder zusammen, wo, ja, es ist so beständig, unbeständig zwischen euch. Und das nimmt er hier so wahr, das nimmt sie so wahr, aber es ist dennoch echt absolut nicht negativ. Also hier möchte man, also ich kann es nur sagen, hier möchte man gerne in Gedanken, ist man hier definitiv bei dir. Und man merkt, wie beständig es ja trotzdem ist, auch wenn es sich unbeständig anfühlt und wie lange das schon geht. Und ja, aber irgendwie will man jetzt auch einfach mal in die Pötte kommen und schauen, dass man hier auch langsam mal zusammenfindet. Selbst wenn man nur anfängt, miteinander zu reden, wieder in Kommunikation zu gehen, sich doch noch mal zu treffen, vielleicht doch noch mal zu telefonieren miteinander. Weil hier wertschätzt dich auch jemand sehr, gerade weil das Ding zwischen euch hier schon so lange läuft. Das ist wie das Lied hier von Pocahontas, da singen die ja auch so. Und eigentlich sind wir schon viel zu lang zusammen, doch es ist an sich auch ein beschissener Grund. Aber so ist es hier. Es wäre jetzt nicht gut, damit aufzuhören, so auf die Art wird das gesungen. Ich poste das euch mal unter das Video. Und also hier kommt definitiv etwas Schönes auf dich zu. Hier plant jemand etwas in deine Richtung. Und ja, es hapert auch gar nicht mehr an der Umsetzung, denn hier möchte man langsam auch wirklich loslegen und frischen Wind in den Status Quo zwischen euch legen. So, wie sieht es denn auf der Herzebene aus? Was haben wir denn für Gefühle? Wow. Wir haben das Ass der Kelche. Also meine Fresse. Also als erstes kann ich dir sagen, also Gefühle sind hier für ihn definitiv in Überfluss. Er oder sie empfindet definitiv hier etwas für dich. Ja, also hier sprudeln die Gefühle und du denkst dir vielleicht so, hä, what? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da irgendwie doch so viel sein sollte bei ihm oder bei ihr. Aber es ist so, denn er hat hier irgendwie auf dem Herzen, dass du, ich weiß auch nicht, also ganz ehrlich dir gegenüber spürt man einfach die große Liebe. Man fühlt sich sowas von vertraut in deine Richtung, man spürt das große Glück mit dir. Ey, das ist echt, echt schön. Also irgendwie bist du hier, das ist zumindest eine Chance, die er jetzt hier nutzen möchte, weil man es endlich versteht, die sie jetzt hier nutzen möchte, weil man es endlich versteht. Und münzt das auf euch um, es ist eine Chance zu höchstem Glück, man checkt, dass du hier wirklich die große Liebe sein könntest. Und das Schöne an dieser Karte ist auch einfach, dass hier jemand eine Art von Erleuchtung hat. Man spürt hier etwas tief in sich und man wandelt sich auch, was die Gefühle hier anbelangen. Also auch hier auf seinen Herzen möchte er loslegen und die Chance nutzen, um in deine Richtung auf dich zuzukommen. Was haben wir hier? Wow, schau dir das mal an. Wir haben hier die Zehn der Münzen. Die Zehn der Münzen. Ganz egal. Wir haben den Jackpot hier. Also du bist, merkt ihr diese Energien? Merkt ihr diese Energien? Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier sagen soll. Wir hatten ja erst Lug und Betrug. Ey Leute, ihr wart dabei gewesen. Und wir haben die Zehn der Münzen, die auf dich treffen sollen. Die stehen wirklich für, ich weiß nicht, jemand ist sowas von verknallt in dich und rafft das jetzt. Hier sind mega Gefühle. Und bei dir hat man auch das Gefühl, ein Zuhause zu finden. Du bist sein Zuhause. Du bist ihr Zuhause. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand von eurem Wunschpartnern gegenüber, was weiß ich, auch schon mal gesagt hat, hey, ich habe das Gefühl, wenn ich mit dir zusammen bin, dann komme ich einfach an. Du bist mir so vertraut. Ich nehme hier so eine Vertrautheit wahr. Und ja, nun ist es aber so, ihr habt es gesehen, die Zehn der Münzen ist aber auch gleichzeitig in Kopflage. Und da kann es wirklich sein, dass er wirklich Schiss hat, dass das nur eine vermeintliche Sicherheit sein könnte. Dass er das nur so empfinden könnte, dass sie das nur so empfinden könnte. Man hat hier so ein bisschen Schiss. Ja, und irgendwie hat man auch so, ja, man merkt, dass dieser Reichtum, so das, was du hier für ihn wirklich darstellst und bist, dass ihm das hier flöten gehen könnte. Deswegen kommt man ja hier auch hin, hey, hoffentlich können wir hier nochmal die Chance nutzen, dass das Ganze hier nochmal eine stabile und solide Wende nimmt, ja. Lasst uns mal weiterschauen. Wir haben die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit ist hier in Kopflage. Ich sage es euch, der will jetzt hier loslegen. Wir sind hier auf der Gefühlsebene, auf der Herzebene, sein Heart goes boom, so kann man das sagen. Von der Mäßigkeit, von den Wässern des Lebens, die ja so schön fließen sollen, ja, eine Einheit bilden wollen, kippen so langsam irgendwie um, weil man, ja, man wird, man ist echt unsicher. Hier hat jemand ein kleineres Selbstwertgefühl, als du dir vorstellen kannst, weil diese Person idealisiert dich sogar als ganz tollen Menschen hier, ja. Und man fühlt diesen Frieden, diese Harmonie mit dir. Und wenn man mit dir zusammen ist, dann kommt alles ins Fließen. So empfindet er hier oder sie und gleichzeitig spürt man aber auch dieses Umkippen der ganzen Situation zwischen euch beiden, was letztendlich wieder zu Ängsten führen könnte. Okay? Lasst uns mal schauen, was hat denn er oder sie hier im Außen zu sagen. Schau mal. Wir haben die vier der Münzen, haben wir hier in Kopflage. Hier ist es so ein Klammern an materiellen Dingen, an das, was man sich aufgebaut hat, an das, was man ja schon hat. Und man wiegt sich so in Sicherheit, ne. Ich bleibe lieber bei meiner Dame zu Hause. Ich bleibe lieber bei meinen Typen zu Hause. Da weiß ich, was ich habe. Besser ist, weil hier ist ja pure Angst und große Gefühle, große Liebe und gleichzeitig die Angst davor, dass es nicht erwidert werden könnte, ne. Und ja, irgendwie hat man hier Verlassenheitsängste, auch von früher. Das hat was, das liegt hier schon wieder tiefer, meine Lieben. Hier ist schon wieder tiefer irgendetwas bei ihm oder bei ihr. Man klammert so dermaßen an einer Situation. Man hält so dermaßen an dem Alten fest, dass man dich hier irgendwie versucht hat, vielleicht noch mitzunehmen, aber sich nie wirklich ganz für dich entschieden hat. Ja, ganz einfach, hier ist was in der Kindheit passiert, definitiv auch, weil man hat so mega Verlustängste. Aber wir haben es in Kopflage und das ist der blinde Fleck, mein Engel. Das lässt man jetzt los. Ich sage euch, hier wird jetzt jemand mutig werden. Ja, hier ist jemand, er oder sie wollte immer ganz sicher gehen, wollte immer so irgendwie so ein ganz perfektes Leben. Wie trete ich im Außen auf? Ich muss gucken, dass mein Name sauber ist. Und ich möchte bloß keine Fehler machen. Was sollen die Leute denken? Und plötzlich lässt man das sein, weil man hat ja dich hier, die ganz große Liebe. Du bist hier die Person, die sein Herz, wirklich seinen inneren kleinen Jungen so anschubst und plötzlich wird er ganz klein mit Hut hier. Oder eben sie. Lasst uns mal weiterschauen. Wow, wir haben die Fünf der Stäbe auch wieder im Kopflage. Und die Fünf der Stäbe steht für einen Rechtsstreit. Das heißt, hier ist man sogar bereit dafür. Man lässt los und man ist bereit dafür, sogar einen Rechtsstreit einzugehen. Sich mit anderen anzulegen. Sich mit anderen zu konfrontieren. Und da geht es wirklich darum, um Recht haben und um Recht bekommen. Und das kann wirklich so weit hier gehen, dass man vor Gericht tritt, um zu sagen, hier, ich reiche jetzt die Scheidung ein. Ich habe meine Liebe des Lebens gefunden. Ich habe es gecheckt. Ich will frischen Wind in meinem Leben. Ich will das Alte loslassen. Und meine Lieben, ihr seid alle so energetisch, wirklich auf dem neuesten Dampfer. Ihr wisst, dass aktuell auch in der astrologischen Konstellation, da oben bei uns im Universum, die Zeichen dafür stehen, dass man Altes hinter sich lässt, um Neues einzugehen. Und das geht wirklich so weit, dass man klären muss, wie geht es weiter mit den Kindern. Wie geht es weiter mit den finanziellen Angelegenheiten. Wie geht es weiter mit unserem Haus, mit unserer Wohnung. Wann lassen wir uns scheiden, wie lassen wir uns scheiden und so weiter und so fort. Und da rüttelt es gerade ganz schön bei ihm hier drin, weil die Macht der Liebe, die Kraft, das, was man für dich empfindet, zieht sich immer mehr zu ihm, zu ihr. Dass man sogar bereit wäre, hier auch zu sagen, okay, ich nehme die Herausforderung an, ich möchte es wieder fließen lassen, ich habe keine andere Wahl, außer jetzt sozusagen übertrieben in den Krieg jetzt hier zu gehen, um mit der wahren Liebe zusammen zu sein. Oder zumindest, dass ihr euch hier definitiv auch wieder begegnen werdet. Also das, das steht hier schon mal wie das Abend in der Kirche. Lasst uns mal, wow, wir haben den Hierophant, also besser kann es nicht laufen. Meine Fresse, was ist das schon wieder für eine krasse Legung hier. Endlich mal wieder Bomben-Energies für euch. Also hier ist es wirklich so, dass man im weitestgehenden Sinne sogar bereit sein wird, sich scheiden zu lassen. Zusammen mit dem Hierophant, der ja wirklich auch für eine Hochzeit, für eine Heirat steht, in Verbindung zu den, sag doch, wie sagt man in Deutschland, in Verbindung zu einem Rechtsstreit geht es hier auch um eine Scheidung und die wird man vollziehen. Man hält nicht mehr an dem Alten fest. Man ist jetzt bereit dafür, für die wahre Liebe, ja. Und wenn ich das jetzt mal in Verbindung auf euch setze hier, als Ende für euch, dann habe ich, dass er hier wirklich weiß, ich weiß auch nicht, dass du hier die Richtige bist, dass du der Richtige bist. Ich habe für euch gegenseitiges Vertrauen. Und du bist auch hier, und das wird ihm immer mehr bewusst, durch den Hierophanten, weil das ist auch eine Schutzkarte, mein Engel. Du bist sozusagen sein Sinn, sein Sinn des Lebens. Und hier hat man auf einmal so eine pure, tiefe, innere Gewissheit, dass man hier auch geführt wird und jetzt einfach sich auch führen lassen sollte in deine Richtung. Also hier, also ich habe hier Erleuchtung, ich habe hier für irgendwie, du bist der Sinn in seinem Leben. Man checkt es jetzt hier so endlich, ne. Und man checkt aber auch, wem man hier letztendlich einfach mal hinter sich lassen sollte, ne. Und es ist so, im spiritueller Hinsicht merkt er jetzt einfach auch sein wahres Selbst. Merkt sie jetzt auch sein, also ihr wahres Selbst. Es ist immer, ne, dann dreht man es immer um. Es ist, es ist wunderschön. Es ist wirklich wunder, wunderschön. Lasst uns einfach noch mal schauen auf das Ast der Kelche. Das interessiert mich jetzt noch mal. Was haben wir da noch zu sagen? Ich meine, wir haben die Liebe im Überfluss, ne. Wow, schau dir das an. Wir haben die Acht der Stäbe auf das Ast der Kelche. Die Acht der Stäbe, haltet euch fest. Das sind Amors Pfeile, die definitiv hier getroffen haben und die treffen werden. Und er hat hier auch eine Nachricht auf Tasche. Ich sage es euch, hier kommt wieder was. Ist jetzt nicht Merkur irgendwann wieder rückläufig? Hier ist eine Nachricht, mein Engel. Also hier kommt definitiv wieder was auf dich zu. Wow, die Zehn der Kelche. Schau dir das an. Ich wollte jetzt noch mal gucken, was will er denn schreiben? Oh mein Gott. Wir haben meine Fresse. Sorry, mein Ausdruck. Aber ich kann es nicht mehr anders sagen. Ich kann es nicht mehr anders sagen. Also du bist hier wirklich auf das Ast der Kelche fallen die Liebesblitze zusammen mit den Zehn der Kelchen. Also Leute, das muss man sich jetzt einfach mal reinziehen. Ich glaube, das muss ich jetzt einfach auch mal länger in die Kamera halten, dass ihr das mir glaubt. Für dich kommt wirklich eine Nachricht auf dich zu. Ich habe schon wieder die Heirat. Ich habe Gefühlsreichtum für dich. Ich habe einen Antrag, einen neuen Antrag. Das heißt, es ist so, als ob hier jemand checkt, boah, ich habe die falsche Frau geheiratet oder boah, ich habe den falschen Mann geheiratet. Jemand checkt hier, dass du Heiratspotenzial hast. Also ich sage doch, auch hier wieder einmal, wir haben es mit den Zehn der Münzen. Wir haben jetzt die Zehn der Kelche. Man fühlt sich bei dir einfach zu Hause und angekommen, mein Engel. Und halt auch einfach im Frieden. Also hier kommt eine wunderschöne Nachricht auf dich zu. Also ich halte es noch mal in die Kamera für euch alle hier, dass ihr das seht. Wow, also mega, mega, mega. Jetzt gucken wir mal auf den Rechtsstreit hier unten. Was haben wir noch? Oh, da wollten viele Karten fallen. Wow, schau dir das an, mein Engel. Schau dir das an. Wow. Also wir haben einmal die Königin der Münzen, wir haben die Herrscherin und wir haben die drei der Münzen. Also ganz ehrlich, mir fliegt hier wirklich das Blech weg bei der Legung. Ich weiß nicht, vielleicht nenne ich die Legung auch so, dass mir vorsichtiger wird das Blech wegfliegen oder so. Wir haben einmal die Königin der Münzen. Ja, das ist eine Frau, die oder kann auch ein Mann sein. Diese Person ist sehr geerdet, ist auch so, ist aber so, kann wirklich gut mit Geld hier auch umgehen. Hier geht es um Geld, mein Engel. Hier geht es um Geld. Und letztendlich repräsentiert diese Frau, die ich hier habe, die Herrscherin, dich. Wenn ich es jetzt nur auf dich lege, dann bist du hier die Herrscherin. Du hast alle Eigenschaften aller Königinnen in dir. Sei es, dass du die Königin der Kelche bist, sei es Teile von der Königin der Münzen, von der Königin der Schwerter und von der Königin der Stäbe. Du bist nicht nur irgendwie, sorry, aber ich kann es nicht sein, ich bin die Königin der Kelche. Wer ist hier die Herrscherin unter euch? Und du stehst neben der Königin der Münzen, die sehr pragmatisch ist. Die kann auch warmherzig und charmant sein. Aber hier geht es halt auch um Geld, um Stabilität. So, und zwischen euch, hier ist ein Machtstreit, ein Machtkampf zwischen zwei Personen, wo man letztendlich wirklich eine alte Phase zusammen mit den drei Münzen abschließen möchte, um auf einem höheren Niveau weiterzumachen. Ja, also hier wird jemand sein Können unter Beweis stellen. Man wird wirklich eine neue Stabilität aufbauen und eine Krise überwinden und wird wirklich eine Prüfung auch bestehen. Man wird hier eine neue Ebene betreten und ich nehme so wahr, dass das einmal sein kann, dass es hier wirklich darum geht, dass man vielleicht vorher einfach ganz normal mit einem König, mit einer Königin hier zusammen war, aber dass man sich jetzt hier seine Herrscherin holt. Und die Frau, die alles hat. Und das bist hier du. Hoffentlich du. Wow. Also man kämpft hier für seine Herrscherin. Mir fliegt das Blech weg. Glaubt mir hier die Liebesnachrichten und dann noch die Zehn der Kirche. Was wollt ihr denn jetzt hier noch mehr? Schau dir das an. Ich gucke auf den Hierophanten und dann haben wir hier den Narr. Ich habe schon wieder den Neuanfang. Mit dir alles auf Null setzen, mutig sein. Es fühlt sich so an, als ob hier jemand so ankommt. Ach, ich schaue nicht nach vorn, ich schaue nicht nach rechts. Ich lasse das Leben auf mich zukommen. Aber was ich hier in der allgemeinen Deutung umso mehr sehe, ist einfach, dass hier jemand anfängt. Ich werde jetzt mutig. Ich traue mir jetzt etwas. Nämlich vielleicht hier auf dich wieder zuzukommen. Sich vielleicht auch wirklich zu trauen, sich zum Narren machen zu können. Oh, wow. Also hier ist Legung. Mir fliegt das Blech weg. Große Liebe. Liebesnachrichten. Wir haben die riskante Versuchung. Der Schein trügt. Wartet, lasst mich mal weiterschauen. Ja, also ich sage ja, man muss hier mutig sein. Es ist eine riskante Versuchung. Hier muss man irgendwie. Ja, also ihr könnt beide noch vergeben sein. Er könnte, ich weiß nicht, aber wenn das hier jetzt wirklich in Richtung Scheidung geht und so weiter, ist es hier wirklich riskant. Wie gesagt, man muss mutig sein, um jetzt auf dich zuzukommen. Warum auch immer. Ich nehme das nach der Erlegung. Jetzt nicht mehr so wahr, dass ihr einen Schein trügt. Das kann mir keiner erzählen. Aber wir haben die Vergebung. Vergib und vergiss. Das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Also irgendwas ist hier passiert, wo du unbedingt, wenn hier jemand wieder zurückkommt, wenn hier wirklich vergib das einfach, was da jetzt war. Das ist jetzt unbedingt nötig, weil hier kommt was richtig Großes. Also hier checkt es jemand. Schaut mal, ihr seid sogar telepathisch miteinander verbunden. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Und wir haben sogar die göttliche Fügung. Falls ihr mich jetzt fragt, Königin, wann denn? Dann sage ich dir, du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Pass auf, ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Telepathie. Und hier ist es doch offensichtlich, dass hier jemand sowas von dermaßen an dich denkt. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Hammer. Und hier haben wir den Neuanfang. Ich schaue nochmal auf den Neuanfang. Zeig mal her hier. Oh, meine Karten. Ich habe... Schau dir das mal an, was ich hier habe. Was ist hier der Neuanfang? Ich habe Haus und ich habe Anker. Ich habe schon wieder. Du bist... Du bist sein Ankommen. Man kommt bei dir einfach an. Man fühlt sich wie zu Hause. Du bist seine, ihre Traumfrau, Traummann, was auch immer. Das ist Wahnsinn. Man will hier ankommen mit dir. Ein festes, solides Fundament aufbauen. Bei dir. Und man ist bereit, das Alte wirklich loszulassen. Man ist bereit, sich tatsächlich hier auch zu trennen. Man will dich wiederhaben, mein Engel. Man kommt wieder. Hier denkt jemand mega an dich. Und hier wird man sogar auch sagen, pass auf, mach dir keinen Kopf. Wie wir das jetzt weitermachen. So, der Akku ist gleich alle. Ich mache Schluss, aber alles wird gut, meine Lieben. Ich habe euch lieb. Ihr kommt hier zusammen. Familie. Ich bleibe bei dir. Oder komme und wohne hier bei mir. Und so weiter. Also, es ist echt mega, mega, mega. Ich muss jetzt leider aufhören. Der Akku ist gleich leer. Ich habe euch lieb. Abonniert meinen Kanal. Schaut unter das Video. Bis später. Tschaui. Tschaui. Tschaui.